Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf ein bisschen Weihnachts-YouTube-Kacke und da haben wir als erstes das Video von Inventory of Fun von Türchen24. Und dann reagieren wir noch auf das Video von GZFrankie, der hat nämlich auch ein Weihnachts-Special rausgebracht. Und ja, ich hab Stefan dabei. Let's go! Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Landsleute, ich vermiss Weihnachten. Ich greif denen unter die Arme, die die Musikschule wirtschaftlich unterstützen. Ich wünsche mir von Ihnen viele gesegnete Landsleute und Freunde. Achso, die gesegneten Landsleute tatsächlich sind's, oder? Wichtig und richtig. Auch will, dass im Hintergrund auf dem Tannenbaum echte Kerzen stehen, das ist der wahre Flex. Ist solidarisch. Wir haben uns um den Sportverein gestritten. Aber wir haben gelernt, dass wir mir vertrauen können. Weihnachten. Weiß ich nicht. Also wir haben... Ja. Ich glaub nicht, dass es... Ich glaub einfach nicht, dass es stimmt. Also wir haben anscheinend gelernt, dass wir Ihnen vertrauen... Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Bin ich lost? Der Typ ist es nicht, Horst Seehofer? Das ist ein Fest. Unser Land ist unser Land. Ihnen allen gesegnete Weihnachten. Ja, die gesegnete Weihnachten. Das ist eine sehr, sehr, sehr kurze YouTube-Kacke an Weihnachten. Aber das ist in Ordnung. Wir machen jetzt auch das Video vom käsigen Frankie auf. Heißt ja nicht cheesy Frankie, sondern cheesy Frankie. Ist aber auch scheißegal. So, und dann gucken wir mal was er hat. Er hat auch ein relativ kurzes Video, aber besser als nix. So ein Geschenken-Gaul, ne? Ihr wisst schon wie, Mann. Scheiße, schon wieder Weihnachten? Dann muss ich wohl schnell eine beschissene YouTube-Kacke hinrotzen. Gar kein Doc. Weihnachten. Die Hochzeit des Cocklutschens und des Konzenleckens. Okay. 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 Das ist weirde Ausdrucksweise für die gegenseitige Liebe. Aber er hat natürlich irgendwo recht, ne? Ist ja klar. Marzipan oder Glühwein sind schäflich und machen abhängig. Weihnachtszeit heißt auch Alkoholrausch. Nüchtern ist der Scheiß nicht auszuhalten. Weihnachten ist für uns. Ja, so eine Infobiliens ist auf jeden Fall nüchtern nicht auszuhalten. Also da kann ich es auf jeden Fall verstehen. Ist dieses Jahr nochmal dicker. Für viele beginnt das Weihnachtsjahr schon im Sommer und der Herbst im Februar. Für viele beginnt die Weihnachtszeit schon im Sommer und der Herbst im Februar, Alter. Sehr, sehr, sehr. Macht aber irgendwo Sinn, ne? Wenn Weihnachten im Sommer ist, dann ist ja Herbst ganz klar im Februar. Wann jetzt Sommer und Frühling sind, scheißegal. Unser Schwanz. Unser langer Weg zum Fest beginnt in der Pfaff nahe Neustadt an der Straßenstraße. An der Straßenstraße. Die Straßenstraße. Also da würde ich sofort hinziehen in eine Straße, die so heiß. Die Wichser Yvonne und Jürgen Ansees bauen hier auf 420 Hektar Fläche Cannabis an. Ne, weiß ich nicht auf sie. Also auf 420 Hektar, Digga. Ja, ich mein, wo soll man sonst anbauen auf was für einer großen Fläche? Ja, hast recht. Aber Jürgen Ansees Glühweinwichser. Oh Mann, der Jürgen. Hat er gut gemacht, der muss ich schon sagen. GZ Frank, ich rede dich geil editiert. Ähm, Fruchf-Sauce. Jürgens Penis ist klein, hart und überwiegend grün. Jürgen leidet an vielen seltenen Geschlechtserkrankungen und muss sich alle paar Minuten einen runterholen. Jürgen emiakuliert erbarmungslos auf die Trauben. Die Pfalz ist schon eine besondere Gegend. Also erstens, äh, Libibi-Fass-Momm-Nin. ARD-Wetter-Moderator. Okay, dann musst du nicht, dass die in so einer Doku auch was zu sagen haben, oder? Ich find's. Ja, Bild. Faf-Faf-Sass. Alter, halten Sie die Fresse. Sieh so fies Lalfoff. Ricken Sie sich, Sie scheiß Spaß. Hals Maul. Alter, über was handelt dieses Scheiß-Video eigentlich? Ich hab keine Lust mehr auf diese behinderte Scheiße. Ja, okay. Ähm, sehr, sehr geiles Video von JZ Franky. Warte mal, könnten wir vielleicht noch einen Endclip sehen. Wir gucken mal. Ach, hör, kurz. Christmas! Fuck Christmas! Fuck Christmas! All the time! Naja, die Hoffnung schippte wie immer zuletzt. Deswegen musste ich diese letzten 20 Sekunden auch noch durchlaufen lassen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schaut auf jeden Fall bei JZ Franky vorbei. Lasst da ein Like, ein Abonnement und ein Kommentar da. Und wenn euch die Reaktion gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr über ein Like, ein Abonnement und ein Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein! Ciao! Outro